Guten Morgen meine lieben Zuschauer zum heutigen JFD-Devisenradar am Mittwoch, dem 15. Juni. Ich grüße Sie ganz herzlich und wir wollen heute wieder auf den Markt schauen, der sich heute ein Stück weit erholt zeigt. Wir sehen hier das britische Fund leicht im Erholungsmodus. Wir sehen hier den Yen-Schwächer und das führt dazu, dass hier einige Yen-Pairs, aber auch das britische Fund hier mit auf der Gewinnerseite zu finden ist. Und wir wollen uns heute hier einem Yen-Pair zuwenden, das als Major-Pair gilt, nämlich hier der US-Dollar gegenüber dem japanischen Yen. Und fangen wir mal im Wochenchart-Intervall an. Dazu haben wir hier die Situation, dass wir unlängst schon eine weitere Schwäche erwartet haben. Und das Unterstützungsniveau hier bei 145 etwa hierher rührend aus 2013 und dann auch noch 2014 mit diesen Support-Tests hier ein wirklich wichtiges Level darstellt. Und wir hatten hier am, oder sage ich mal, zu Beginn des Monats Mai ein Tief bei 155 etwa ausgebildet. Und jetzt unlängst ging es eben diese Woche hier nochmal in diese Richtung. Von da kommt das Währungspaar hier aktuell zurück. Sie sehen es sehr deutlich, dass wir diese Tiefs aktuell nicht weiter ausgebaut haben, sondern es gibt eben jetzt hier einen kleinen Erholungsimpuls. Und das ist ganz interessant, denn wir hatten das Paar schon vor längerer Zeit mal im Fokus. Und diese Zone hier oberhalb von 100 Yen oder von 150 bis eben 100 Yen etwa dieser Range hier, die Sie sehen, das ist eine Zone, wo doch schon die Vermutung nahe liegt, dass hier die Bank of Japan Interventionmaßnahmen zunächst verbal und dann auch aktiv durchführen wird, um den Yen eben hier nicht massiv weiter dem Vorteil zuzuwenden und dann hier praktisch eine weitere Abwertung zu begünstigen. Bereise unter 100 Yen sind hier kaum vorstellbar. Insofern muss man mal sehen, was passiert, wenn wir tatsächlich neue Tiefs machen. Unterhalb von 105 Yen, muss man sagen, wäre auf jeden Fall der Startschuss für eine größere Korrektur gegeben, die dann eben durchaus in Richtung 100 Yen führen dürfte. Aber während dieser Phase hier, denke ich, wird auf die Bank of Japan hier Einfluss nehmen. Aber wir sehen eben jetzt den leichten Erholungsimpuls und jetzt gehen wir mal in den Tagesschart. Ausgehend von den letzten Tiefs sehen wir hier so eine Art leichten Doppelboden. Wir haben auch hier leicht positive Divergenzen im Chart zu sehen. Faktisch ist das jetzt hier, gerade die heutige Tageskerze eben im Erholungsmodus, der Punkt, dass wir hier durchaus weiter nach oben streben könnten. Der Ausgangspunkt ist der, dass wir hier, wenn es eine Erholung gibt, durchaus bis 108 Yen knapp laufen können. Hier haben wir eine Widerstandszone, die hier von April her rührt. Und dieses Level, auch das Hoch hier vom 7.6. speziell bei 197 Yen, wäre hier auf jeden Fall zu nennen, dass, wenn es einen Erholungsschub gibt, dieser bis hier hin laufen könnte. Und hier würde sich durchaus eine mögliche Shortchance eröffnen, um dann praktisch hier wieder trendfolgend auf eine weitere Schwäche und auf einen Durchbruch des Unterstützungsniveaus, des kurzfristigen Niveaus, was wir hier bei 165 Yen etwa ausgebildet haben, also sprich oberhalb von 105 Yen, wenn es dann so einen Durchbruch kommt, dieses zu spielen. Letztlich haben wir hier den Saisonalitätsindicator, der uns auch sagt, dass hier ja grundsätzlich erstmal ein CR Juni noch zu erwarten ist. Im Juli-Verlauf dann allerdings hier eine relativ deutliche saisonale Schwäche. Die würde rein technisch hier auf jeden Fall weiterfallende Preise begünstigen. Heute allerdings nicht vergessen ist FED-Termin. Wir haben heute die Notenbank-Sitzung inklusive Projektion und auch Pressekonferenz ab 2030. Das dürfte, sollte heute hier auf jeden Fall für Bewegung sorgen. Und wie gesagt, wenn der B.S. hier Bullish für den US-Dollar werden würde, im Sinne dessen, dass die Leitzinsanhebungen, die ja durchaus dieses Jahr noch im Fokus stehen, unlängst aber durch den schwachen Arbeitsmarktbericht eben wieder ein Stück weit relativiert wurden, eben konkretisiert werden für die Zukunft. Sprich, es wird dann doch noch was geben. Sicherlich nicht heute, gerade weil wir nächste Woche auch den Brexit-Event haben, beziehungsweise Brexit-Event ist es ja nicht vielmehr das EU-Referendum in Großbritannien. Ob es zum Brexit kommt, werden wir sehen. Aber im Vorfeld ist da auf jeden Fall nichts zu erwarten. Frage dann eben, ob es im Juli, August passiert. Dann nähern wir uns ja auch immer mehr dem Wahlen in den USA. Und da spielt eben viel allein mit rein, um hier sozusagen die Lage nicht eskalieren zu lassen. Ich vermute fast, dass die Fed eben im Sommer doch da einen Zinsschritt fokussieren wird. Hängt natürlich auch von den Konjunkturdaten ab. Aber wenn so ein Statement heute kommt, dann wäre das sicherlich US-Dollar Bullish. Und das dürfte den Yen beflügeln und hierbei eben Obacht geben, wenn es in Richtung 108 Yen geht. Dann könnte sich hier durchaus eine Schwäche wieder anschließen. Aber de facto für die Erholung spricht auch folgender Sachverhalt. Ich zeige es Ihnen mal kurz. Und zwar habe ich hier immer wieder den ADX-Indikator vorgestellt, der immer wieder, wenn er in extremer Punkte rauszieht, mögliche Wendepunkte signalisiert, kurzfristiger Natur oder auch mittelfristiger Natur. Das kann sich auch hier durchaus nur um drei, vier Tage handeln. Schrägstrich aber auch durchaus um eine komplette Trendwende oder auch wochenmäßige Gegenbewegung. Tatsache ist hier, wenn das Trendmomentum sehr stark ansteigt, egal in welche Richtung, das sehen wir hier aktuell, geht es wieder über das Level von 60 hinaus. Sprich, wir haben hier eine sehr starke Abwärtsbewegung gesehen, unlängst eine sehr, sehr forcierte. Und hier bei Werten oberhalb von 60 sollte man eben durchaus aufpassen, wenn es nämlich dazu kommt, dass der Preis ein neues, in dem Fall jetzt ein neues Hoch machen würde. Dann wäre sozusagen die Chance gegeben, dass wir zumindest eine Gegenbewegung sehen. Und aufgrund dessen, dass der ADX-Wert sehr hoch ist, kann es durchaus dazu kommen. Wenn wir das Chartbild eben jetzt noch dazu nehmen, inklusive des Doppelbodens, den wir ja hier sehen, stehen wie gesagt die Chancen gar nicht mal schlecht, dass wir hier einen kurzfristigen Aufwärtsimpuls sehen. Wie weit der gehen wird, das muss ich dann erst mal zeigen. Ob er ja auch hier Richtung 110 Yen oder bis zum großen Widerstand hier bei 111,65 gehen kann, das wird man sehen. Aber letztlich stehen die Chancen aktuell mal gar nicht so schlecht, dass es kommt. Fuzi-Vektor heute allerdings für einen US-Dolle gegenüber dem japanischen Yen sehr, sehr negativ. Hier das Pattern, 211 Erscheinung, 65-prozentige Trefferquote, spricht hier von einem Minus von 0,5 Prozent etwa. Aber da, denke ich, spielt der heutige Tag nicht so mit, wie das das Pattern sieht. Gehen wir jetzt final noch mal zu den Stundenchart über. Da sehen wir hier die Erholungsbewegung seit dem gestrigen Handelstag. Und das Ganze natürlich hier, wenn man den Stundenchart betrachtet, immer noch in einem korrektiven Abwärtsimpuls. Dann kann man auch eine sehr schöne Trendlinie kurzfristiger Natur einzeichnen. Auch hier sehen Sie, dass wir so eine Art Abwärtstrendkanal haben. Und da wird es eben spannend, wenn es gelingt, hier auszubrechen. Ich habe auch eine kleine Stauzone hier sozusagen. Da muss er rüber. Also Crater-Resistant-Level 1. Wäre dann aber durchaus eine Startindikation, dass es weiter nach oben geht. Oder weiter nach oben gehen könnte. Und dann hätte man hier durchaus noch Perspektiven, die sich eben hier erlauben, nach oben ausbauen zu lassen. Ob es heute dazu kommt im Sinne der Fed, wird spannend. Letztlich sieht es kurzfristig durchaus bullisch aus. Also man kann interpretieren, dass es einen Ausbruch nach oben geben könnte. Und insofern der US-Dollar gegen den japanischen Jinn weiter eine Stärke gewinnt. Ob es passiert, wir werden sehen. Heute auf jeden Fall die Fed beachten. Das kann sich auch jetzt bis zum Fed-Event hinziehen. Wir haben natürlich hier am Nachmittag auch einige Inflationsdaten oder auch Konjunkturdaten aus den USA. Das darf schon im Vorfeld für Bewegung sorgen. Aber letztlich ist der Fokus hier auf heute Abend und dem Fed-Zinsentscheid gerichtet. Gut, liebe Zuschauer. Das wäre es im Prinzip für den heutigen Devisenrader gewesen, wenn Sie mögen. Heute Nachmittag gibt es das Webinar zur Sendung. Das heißt 15 bis 16 Uhr. Schauen wir uns dann mal alle anderen Pers nochmal im Detail an. Und dazu sind Sie kostenlos natürlich recht herzlich eingeladen. Ich sage danke fürs Einschalten. Wünsche Ihnen noch einen guten Handelstag. Ihr Christian Kemmerer. Und tschüss. Ich sage Ihnen noch einen guten Handelstag.